So meine Freunde und ich habe jetzt hier eine neue Mission, nämlich die uns den Weg weisen. Sag ich mal ganz kurz, wo das Ganze auf der Karte zu finden ist. Ihr seht übrigens hier meinen neuen Ikrai und ich bin jetzt hier hin und es ist eine Hauptmission. Das können wir hier nochmal unter den Quests sehen, die uns den Weg weisen. Eine Stufe 5 Mission, die werde ich jetzt starten und wollt ihr mehr von mir sehen. Und Avatar Frontiers of Pandora, dann lass doch ein Abo da und jetzt viel Spaß. Oh. 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 Deine Ikran ist wild und stolz. Ihr seid wahre Seelenverwandte. Dein Vater will nicht helfen. Niemand will. Egal, was ich auch sage, für sie bin ich immer noch seine Tochter. Nicht ihre Zahe. Er hat sonst niemanden. Ich bin mehr als nur Mutters Schatten. Sie liebte es hier. Als ich klein war, sind wir hier zusammengeflogen. Sie hielt mich fest auf ihrem Ikran. Wir lagen hier und erzählten uns Dinge über die Sterne. Ich fühlte mich so erwachsen und bedeutender durch sie. Die King-Lore-Geschichten mochte ich am liebsten. Welche Geschichten hatte mein Volk wohl? Sie haben sie geraubt. Sie haben so viel geraubt. Meine Mutter erkannte, dass sie angefühlt waren mit Ignoranz und Gier. Sie wehrte sich und starb durch die Metallkugeln der Himmelsmenschen. Wir sprachen nie wieder über den Widerstand. Dein Vater glaubt, der Preis für den Kampf gegen sie war zu hoch. Wird zu hoch sein. Wenn wir nicht kämpfen, verlieren wir alles. Wir wollten keinen Krieg. Doch sie machten Kämpfe aus uns. Wir müssen sie angreifen. Pria, irgendetwas passiert hier. Ein Signal von diesen komischen Geräten. Diese Aldi-E-Fluggänger? Oh, es stört die King-Lore und ihren Lebensraum im Regenwald. Wenn wir den King-Lore helfen, helfen wir auch den Arana-He. Kannst du einen scannen? Ich werde herausfinden, was die tun. Gucken wir uns jetzt einfach einmal an, was das jetzt für eine Mission für uns hat. Die ist jetzt weg. Da gibt es sogar einen Sprungpunkt. So, das ist Stufe 6. Das kann ich machen. Ich bin Stufe 6. Gegenwehr, King-Lore-Wald. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz, wo es zur Karte ist. Das ist jetzt hier hinten, also in einem neuen Bereich. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder da, wenn ich dann mit dieser Mission dort beginne. Und ich mache jetzt nochmal ein bisschen nebenbei. Und sage mal, ja, war kurz und schön, aber bis demnächst. Hier auf meinem Kanal.